Oh Leute, wir haben 5er Kaffanbüffeln. Oh mein Gott. Alter ey, was für ein Monster. Ich muss mir Zeit lassen. Ich will den nicht verkacken. Ich trau mich hier nicht zu schießen, ne? Man, warum muss der uns immer angucken? Das ist doch scheiße. Oh yes! Alter, unser erstes 5er Tier ever. Boom!